Hier habe ich Back on Track kennengelernt. Ich hatte eine Stute, die wirklich ein paar Gallen an den Beinen hatte und bin dann durch eine Freundin darauf aufmerksam geworden, dass dieses Produkt helfen könnte. Dann habe ich gedacht, ich habe doch nichts zu verlieren, ich probiere das mal und es war ein Treffer. 80 Prozent besser und danach war ich verlaufbegeistert.